und heute geht es mal wieder ein bisschen um virtualisierung ja virtualisierung wichtiges thema immer dann wenn man irgendwie mit servern rum hantiert weil man meistens mehrere sachen auf einer hardware laufen lassen möchte oder auch verfügbarkeit verbessern möchte indem man vms zwischen mehreren hardware systemen hin und her schieben kann für den fall dass man erwartung machen muss oder was ausfällt ich selber nutze dafür eigentlich wird zusammen mit dem wird manager das hatte ich ja auch schon mal gezeigt das läuft eigentlich recht zuverlässig aber wird manager nach meinem wissen offiziell nur für linux verfügbar entsprechend ist das immer sagen wir semiprofessionellen umfeld nicht so wirklich verbreitet da findet man dann eher oder hat man lange gefunden vmware oder auch teilweise dieses hyper v von microsoft leider beides mit ein paar problemen wie mware wurde aufgekauft von broadcom und die machen seltsames zeug da möchte man eigentlich nichts mehr mit zu tun haben und microsoft ja ich denke über die code qualität von denen müssen wir uns nicht weiter unterhalten häufig findet man daher firmen die jetzt alternativen suchen eine die sehr weit verbreitet ist inzwischen ist proxmox ve proxmox virtual environment das ist prinzipiell eine coole sache man hat da hier so ein webinterface wo man sich alles zusammen klicken kann also sehr ähnlich nicht zu dem was auch vmware mit dem v center früher geliefert hatte aber mein persönlicher favorit ist es jetzt nicht aus zwei gründen nummer eins es ist eine lösung die nicht dafür gedacht ist dass sie zusätzlich auf einem betriebssystem installiert wird sondern ähnlich wie esxi oder so als eigenständiger hypervisor direkt auf hardware das ist natürlich kein problem wenn man das ding direkt einfach benutzen möchte aber wenn man einfach nur virtualisierung irgendwo zusätzlich machen möchte ist es ein bisschen nervig und das zweite ist proxmox ve das ist von einer firma und was da passieren kann haben wir halt gerade bei vmware gesehen und die firma dahinter die pusht auch sehr auf ihre enterprise repositories die kostenlosen gehen ab und zu schon mal gerne kaputt ja sicher es gibt viele leute die die kostenlose version benutzen und so was ich höre die anzahl der probleme ist da überschaubar es geht nur ab und zu kaputt aber ich habe da kein so gutes gefühl dabei und möchte mich nicht davon einer firma abhängig machen aber wie gesagt manchmal brauche ich auch ein webinterface und das ist bei libwirt aktuell ein bisschen schwierig es gibt aber noch was anderes was ein entsprechendes webinterface hat und zwar hatte ich auch schon mal über lxc gesprochen die linux container das ist ein bisschen anders als kvm was zum beispiel bei libwirt oder auch bei proxmox dahinter steckt bei containern wird nämlich nicht eine komplette virtuelle hardware emuliert sondern es wird einfach nur das betriebssystem im prinzip so ein bisschen verpackt und in die ecke gelegt ist nicht so strikt getrennt kann dafür aber performance vorteile haben ist teilweise einfacher und ein bisschen flexibler allerdings das betriebssystem muss auch mitspielen also linux gäste kein problem windows gäste ist er nicht drin wie gesagt lxc hatte ich ja schon mal gezeigt wie man das da direkt auf einem server macht wenn man größeren park verwalten möchte da gab es lange dann lxd probleme auch hier ja da steckt eine firma dahinter nämlich canonickel die kennt man eventuell das sind auch die firma die ubuntu rausbringt auch die habenden teilweise etwas schwierigen ruf weil sie dinge tun die in einer form sind wo es mir schwerfällt irgendeinen grund zu finden warum das gut für die benutzenden ist bei lxd zum beispiel sind sie hingegangen und haben das ganze open source gemacht viele leute haben mitgearbeitet und irgendwann hat canonical dann gesagt ja okay hier die hälfte den sperren wir einfach mal den zugang weil keine ahnung wir arbeiten ja nicht für uns das ist jetzt nicht unbedingt was ich für ein open source projekt sinnvoll halte dachten sich auch viele andere deswegen gab es dann auch so ein bisschen was an feuer gegen lxd zum beispiel wurde den sämtliche templates aus der open source community mehr oder weniger nicht mehr ganz so zugänglich gemacht und überraschung es gibt auch einen fork der nennt sich inkos und wir sehen hier schon das ist next generation system container application container and virtual machine manager das klingt ja schon mal gut und hat noch einen vorteil und zwar der hier der verwaltet wie oben schon steht nicht nur linux container sondern das ding kann auch virtuelle maschinen direkt managen das ganze läuft auch über kvm also selbe technik dahinter wie bei lib wird oder bei proxmox und auch sonst ist es sehr stark mit proxmox zu vergleichen nur mit dem vorteil es ist halt eine software die man selber auf fast jeder distribution installieren kann was für mich ein bisschen schöner ist hat man ein bisschen mehr flexibilität ich würde sagen inkos das gucken uns heute dann noch mal an wie wir das installieren und was man damit veranstalten wer sich mal angucken will es gibt hier auch unter linux containers.org ein try it entsprechend für inkos da kann man direkt online das ganze machen aber wie gesagt wir wollen es installieren also getting started und das ganze ist dann ein im prinzip einfacher prozess der leider teilweise ein bisschen schwerer gemacht wird als es nötig wäre aber erster schritt wir müssen die inkos pakete installieren das geht auf fast jeder linux distribution wenn wir hier in die install gucken dann gibt es hier für die gängigen sachen entsprechend fertige pakete also egal ob ihr ein arch linux und debian gentoo ubuntu oder irgendetwas anderes mit relevanz oder halt gar nichts habt das sollte eigentlich kein problem sein ich habe jetzt hier ein debian vor der nase das ist wie wir hier sehen können ein bewirb 12.7 müsste bookworm sein im zeitpunkt der aufnahme gerade aktuell und was man natürlich als erstes machen sollte wäre ein system upgrade nicht wirklich was relevantes neu also gehen wir mal davon aus dass wir hier starten können wenn wir jetzt in die anleitung gucken da sehen wir drei optionen da muss man nämlich ein bisschen aufpassen denn inkos ist nativ erst in einer sinnvollen version ab debian 13 drin also tricksy das aber aktuell noch testversion das heißt also wir haben jetzt hier das ganze in bookworm noch nicht verfügbar deswegen wollen wir die backports installieren die anleitung dazu die findet sich auch bei debian denn die backports ist im prinzip ein spezielles repository für debian stable wo man dann ein bisschen neuere software drin hat denn die stable software ist halt teilweise hier steht ein wenig veraltet das ein wenig müsste man in sehr große anführungszeichen setzen debian ist halt nicht unbedingt so aktuell hier ist dann auch entsprechend beschrieben wie man das ganze machen kann entweder über synaptic zum beispiel in den paketquellen kann man entsprechend dann hier diese url eintragen oder was natürlich auch machen kann ist in der sources list ebenfalls diese adresse hier eintragen die bullseye backports so wenn wir bei mir gucken ich habe die backports hier bei mir schon drin das heißt also wenn wir die zeile eingetragen haben nochmal gegebenenfalls abt update für den fall dass ihr entsprechend das frisch eingetragen habt und dann können wir auch schon abt install incus von den backports machen was ihr eventuell auch installieren wollt das ist qemo-system das ist entsprechend wenn ihr vms betreiben wollt also zum beispiel windows als gast oder irgendetwas wo ihr komplett das virtualisieren wollt qemo habe ich bei mir schon drauf also machen wir das nur hier so wenn der installationsprozess durch ist müssen wir dann eine initialisierung machen da wird dann gesagt ob man clustering wollen was für netzwerke wollen und so weiter und so fort das ganze geht interaktiv auf der konsole einfach in it sagen hier hat mir nicht so die erste frage ist wollen wir clustering haben clustering dann interessant wenn man mehrere server hat am ende da die sich gegenseitig überwachen wollen ich habe jetzt hier nur einen server also no das ist auch der default drücken wir einfach enter dann wollen wir einen neuen storage pool also möchten wir etwas definieren wo wir unsere ganzen daten speichern ja wäre sinnvoll name default passt schon jetzt gibt es hier verschiedene backends die wir nutzen können lvm für logical volume manager das ganze nochmal mit cluster btrfs oder directory directory heißt wir speichern es einfach in einem verzeichnis btrfs ist auch der default wenn ihr ein dateisystem habt was das kann wir machen uns einen neuen pool would you like to use an empty block device yes pass to existing block device das ist die festplatte die ich benutzen möchte das nächste ist jetzt die frage wollen wir eine neue network bridge eine network bridge das ist im prinzip ein virtueller switch in eurem server da steckt man das physikalische interface dran also eure netzwerkkarte und dann können sich die v1 da anstecken ihr wollt wahrscheinlich jetzt sagen ich sage no weil ich habe schon eine brücke would you like to excel do you use an existing bridge yes und meine existing bridge ist die br0 so last but not least do you want the server to be available over the network wollen wir das ding so einrichten dass auch fremde rechner dran kommen da das hier wo ich gerade angemeldet bin im server ist wo ich keine grafische oberfläche und nix habe ist ein lokales webinterface vielleicht so suboptimal sicher man könnte tunneln und so aber ja ich möchte das übers netzwerk verfügbar haben sollte man sich natürlich dann auch noch so ein paar gedanken machen über ssl-zertifikate für https oder sowas oder halt was man jetzt im nächsten schritt machen kann die address to bind to man könnte zum beispiel sagen okay ich möchte das nur über folgendes vpn interface haben so ich möchte es erstmal für alle port der ist glaube ich schon belegt also machen wir den 8444 und would you like the cache image to be updated automatically hier geht es nicht um bilder sondern hier geht es um ja kleine linux abbilder und so iso dateien sozusagen wenn ich zum beispiel sage hey ich möchte ein debian installieren dann lädt der debian runter und installiert mir dann das debian und wenn ich jetzt noch eine zweite vm machen möchte wo ich sage ich möchte debian dann benutzt er das was auf meiner festplatte ist und wenn wir hier ja sagen was auch der standard ist dann guckt er regelmäßig nach ist das debian was ich bei mir denn lokal habe noch aktuell wenn nicht lädt er eine neue variante so dass man da nicht nicht alten kram installiert jammel kram ich denke brauchen wir nicht das müsste jetzt eigentlich so funktionieren warte mal etwas was er draus macht gut gucken wir mal status incus der ist active and running ist auch schon enabled wunderschön wir sehen jetzt hier ein third authority invalid logisch das ist jetzt ein selbstsigniertes zertifikat noch einmal sagen okay das passt schon wenn man das gemacht hat dann können verschiedene sachen passieren entweder ihr bekommt hier so ein wunderschönes jason wie ich oder ihr bekommt pop ups vom browser oder was naja der hintergrund ist dass incus zwei punkte hier noch hat die wir abarbeiten müssen das eine ist die authentifizierung ihr kennt es ja meistens von webseiten oder so systemen da gibt man benutzer name und ein passwort und eventuellen zweiten faktor ein das macht incus bedauerlicherweise per default nicht sondern incus arbeitet mit zertifikaten das ist nicht so wie bei https das zertifikat sondern die andere richtung incus erwartet von eurem browser dass der browser eurem server ein zertifikat zeigt um nachzuweisen wer ihr seid das müssen wir natürlich noch einrichten und das zweite ist naja ihr seht hier eventuell jason was könnte das sein eine api jep incus hat standardmäßig das webinterface nicht dabei das müssen wir einmal per hand installieren also wie kommen wir ans webinterface suchen wir doch einfach mal und incus agent client migrate tools kein webinterface oder tja leider ist im offiziellen repository der ganze web gedönse noch gar nicht drin um das zu installieren da brauchen wir ein anderes repository nämlich die incus builds von cably ob man den vertraut oder nicht müsst ihr für euch selber entscheiden das ist jetzt wie gesagt debian spezifisch weil debian im repos noch nicht drin ist bei anderen distros ist das nicht so ein problem ich installiere jetzt mal das cably repository habe ich jetzt hier gemacht sehen wir jetzt hier auch mit drin wir sehen auch jetzt kann was abgegradet werden und wir sehen jetzt hier würde jetzt den incus gedönse hier einmal aktualisieren wollen auf eine neuere version weil das was in cably drin ist neuer ist als das was im backboards drin ist und wenn wir jetzt suchen haben wir auch ein bisschen mehr unter anderem hier unten die incus ui canonical das ist die die wir haben wollen und wenn wir das installiert haben sollten wir eigentlich auf einem guten weg sein gehen wir noch mal rüber in unseren browser und aktualisieren und hey das sieht doch schon besser aus jetzt haben wir tatsächlich hier ein webinterface aber wie gesagt zertifikat wir haben jetzt hier zwei möglichkeiten entweder use existing certificate oder create new certificate wenn ihr noch nichts damit gemacht habt ist create new eine ganz gute sache generate müssen uns jetzt hier ein passwort festlegen damit wird am ende dann das ding freigeschaltet das sieht gut aus jetzt hier ein cat datei herunterladen und eine pfx als nächstes müssen wir dann hier einmal das trust ad certificate machen dazu muss aber die datei auf dem server drauf sein das kann man jetzt entweder irgendwie mit so einem scp client oder so machen ich bin da jetzt ehrlich gesagt zu faul und wird es einfach gerade per copy paste machen das ist ja nur ein bisschen text und dann schalten wir entsprechend hier das zertifikat frei das zertifikat wird im übrigen von eurem browser generiert das heißt also euer server oder drittanbieter kriegen davon überhaupt nichts mit last but not least müssen unser zertifikat importieren wie das geht ist hier oben überall beschrieben bei chrome zum beispiel diese settings certificates und dann hier importieren halt nicht die crt die pfx natürlich jetzt sehen wir hier incus ui mit der ip browser generated das klingt richtig wenn wir jetzt auf die webseite gehen oder also noch mal anklicken dann kriegen wir eine auswahl gegebenenfalls welches zertifikat wir verwenden wollen ihr seht ich habe mehrere die von verschiedenen herausgebern sind das ist der mit der ip das möchte ich jetzt benutzen und tada da sind wir aktuell no instances found das heißt wir haben aktuell nichts hier drauf laufen wir können aber hier schon mal sehen die ganzen netzwerkkarten die es gibt können unser storage pool uns angucken wo wir entsprechend ein bisschen platz haben das klingt gut volumes custom isos und natürlich images also sieht alles schon mal gut aus ich würde sagen wir fangen schon mal an und uploaden hier custom isos also hier zum beispiel in debien das ja das macht keinen großen sinn weil in debien können wir auch als container laufen lassen aber nur dass er mal sieht wie das geht so könnte man dann zum beispiel auch eine iso für windows oder irgendein anderes appliance oder ähnliches hier drauf laden upload geschwindigkeit natürlich abhängig von leistung des servers und eures netzwerks ich bin jetzt hier gerade im wlan das bremst das ganze natürlich ein bisschen aus jetzt sehen wir hier jetzt ist auch die entsprechende iso hier drin ich mache das mal gerade mit meinen standard sachen dass wir die gleich schon mal nutzen können aber während der hier noch fleißig am unter und hochladen ist können wir schon mal weiter gucken wir sehen jetzt auch hier in volumes da tauchen die entsprechend auch auf auch in den pool sehen wir jetzt dass überraschenderweise da speicher belegt wird woher kann es wohl kommen wir können aber schon mal anfangen paar instances anzulegen also create instance und jetzt ist die große frage was wollen wir tun es gibt nämlich zwei arten von instanztyp container oder vm container ist quasi lxc vm ist quasi kvm wir machen jetzt hier mal eine mit dem namen test 1 und wir können jetzt entweder eine custom iso benutzen oder wir können ein image uns aus der liste auswählen die hier die kommen entsprechend direkt vom lxc projekt oder lxd projekt oder whatever und irgendwas hat da gerade nicht funktioniert also ja wenn ihr natürlich irgendwie u matrix oder sowas einsetzt sollte man auch dann freischalten dass die dahin dürfen versuchen wir das noch mal jetzt besser aus und hier sehen wir jetzt im prinzip alles was es schon an fertigen images gibt die kann man einfach anklicken und fertig wir sind hier jetzt beschränkt auf alles was 64 bit ist einfach falls in 64 bit system ist und hier sehen wir schon alma linux in version 8 oder 9 für cloud oder default teilweise bei manchen distributionen hat man dann auch noch hier zum beispiel desktop dabei bei arch zum beispiel gibt es auch eine desktop version und was wir ja auch sehen können der typ manche sind für container gedacht manche können alles manche können nur virtuelle maschine das heißt also dadurch dass wir hier schon die infos haben kann man schon grob abschätzen was denn da benötigt wird so wir können uns jetzt hier zum beispiel nehmen wir nehmen uns einfach mal ein arch linux cloud variante oder default ich glaube default reicht für uns wir sehen jetzt hier schon er hat automatisch erkannt container wir können auch sagen ich will aber vm container reicht für mich profile ist jetzt hier default default ist das was wir eben eingestellt haben das heißt also speichert das bitte in diesen einem ordner da mit dem btrfs und die netzwerkverbindung ist br0 das wird automatisch benutzt wenn wir das nicht machen wollen unter advanced können wir das auch alles übersteuern wir sehen jetzt hier zum beispiel hier steht size unlimited wir können jetzt hier ein override machen und sagen ja das ding auf einmal maximal 10 gigabyte oder gbbyte benutzen wir können bei den netzwerkverbindungen nachgucken was er tut ressourcen limits einstellen zb dann hier sagen okay wir wollen nur zwei gbbyte und am ende hat man dann hier eine entsprechende yaml konfiguration die dahinter steht das ist das was man sich hier zusammen klickt und ja entsprechend kann man dann hier am ende sagen create and start ich klicke jetzt jetzt steht hier info instance will be started und ein temporary failure ich glaube auf dem server ist gerade dns kaputt weil es ist always dns und natürlich was dns jetzt sehen was ja auch download läuft gerade das muss natürlich nur einmal gemacht werden weil wir halt das noch nie gemacht haben normalerweise fällt der download dann weg wenn wir noch mehr machen und jetzt sehen wir hier unpacking und das war's status is running wir haben jetzt unseren container hier das heißt so schnell können wir ein komplett neues betriebssystem aufsetzen wenn wir jetzt hier reingehen aber die ganzen informationen ja das ist ein arch linux container typisch container wir sind die ipv6 adresse die ipv4 adresse wenn es konfiguriert ist sehen hier wann es erstellt wurde zuletzt benutzt wurde haben wir unten unseren ram ich habe das ja limitiert auf zwei gig deswegen entsprechend auch dass wir können natürlich die konfiguration später noch mal ändern teilweise geht es nur wenn man das ding vorher runter fährt können snapshots machen also den aktuellen stand einfrieren so dass wir dahin wieder zurück gehen können und die wichtigen sachen sind die letzten drei unter locks sehen wir entsprechend ja was das ding denn gemacht hat wenn es was gemacht hat terminal ist ein terminal hier können wir dann entsprechend in der vm selber jetzt hier sagen zum beispiel free überraschung wir haben zwei gg ram und ein bisschen was ist noch frei davon und console das ist im prinzip dasselbe wie eine als ob ihr ein display angeschlossen habt an der vm das heißt wir sehen hier auch den kompletten boot prozess der entsprechend hier reingelaufen ist wichtig hier natürlich das hier war jetzt nicht wirklich initialisiert das heißt also dass jetzt kein cloud image was sich automatisch konfiguriert hier ist noch kein passwort gesetzt das müssen wir selber machen also einmal mit passwd was setzen das wir uns hier auch anmelden können der cp ist wohl eingerichtet das heißt wir müssten jetzt eigentlich hier auch updates machen können das klingt richtig also worüber wir glaube ich mal reden müssen ist über den ausgewählten mirror weil die geschwindigkeit ist ein bisschen dünn das geht definitiv schneller weil das von jemandem wo ich weiß wo ich hin hauen kann wenn es nicht geht und das sieht auch schon deutlich schneller aus okay wir sehen ab und zu ein paar fehler dazwischen das kann halt schon mal sein gerade art ist wahrscheinlich nicht für container gedacht aber sehen prinzipiell funktioniert das ganze das hier wie gesagt ein container das heißt also hier läuft keine vm in dem sinne hier wird nicht virtuelle hardware emuliert also wird schon so ein bisschen aber wenn wir hier mal lspci machen dann ja überraschung da sehen wir die hardware vom horst weil es wird der kernel vom host benutzt auch wenn wir hier gucken wir haben hier obwohl wir in dem arch linux sind den debien kernel 6 1 irgendwas so wenn wir das nicht wollen können wir natürlich auch eine vm instanz machen gehen wir mal hin machen test 2 und nehmen uns dann diesmal zum beispiel irgendwas mit einem desktop wegen mir in ubuntu 22.04 klingt ok wir sehen der instanz typ ist jetzt hier fix auf vm das können wir auch nicht ändern was wir aber ändern müssen sind ein paar sachen weil das default profile nicht wirklich dafür ausgelegt ist das können wir natürlich im menü auch anpassen die limits hier sollten wir eventuell auch etwas großzügiger gestalten ein ein kerner mit einem gig ram ist für so ein ubuntu mit einem desktop sicher ein bisschen knapp machen wir daraus man vier kerner mit 16 gg ram dann passt das wahrscheinlich besser create and start wir sehen jetzt schon container vm ist schon running das war es schon ja stimmt ich hatte glaube ich schon mal ubuntu laufen jetzt auf die konsole gehen sehen wir hier schon boot options und da startet unser ubuntu wir sehen jetzt hier wir sind hier in unseren ubuntu drin haben jetzt hier den üblichen dings und können das hier benutzen als ob wir im prinzip vor dem bildschirm sitzen und wie wir sehen wir haben hier netzwerk können jetzt hier das runterladen die updates installieren und dann auch entsprechend programme da drauf machen prinzipiell sieht man aber hier im browser klappt das ganze die performance ist jetzt nicht so ultra tolle aber man kann dann ja irgendwie ein anderes system da drauf installieren für fernzugriffe wenn man da eine höhere performance haben will da gibt es ja einiges könnte man eigentlich auch mal ein video zu machen so während er hier dran ist können wir mal wieder hier auf unsere übersicht gehen hier haben wir unsere instanzen wunderschön denn wir können noch eine instanz gerade machen also mal test 3 mit einem custom iso und was haben wir denn hier windows 11 probieren wir das doch mal windows braucht dann definitiven volume und ich habe die befürchtung der möchte ein bisschen mehr blog yo 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 und auch hier müssen wir ein bisschen die limits hochsetzen es kann sein dass wir da auch gleich noch ein bisschen an den configs hantieren müssen aber mal gucken was er daraus macht start instance hat das genommen ja das sieht mir nach einem windows boot gedönse aus das hier ist natürlich jetzt einfach nur eine iso das heißt das ist vergleichbar als ob mir schmeißen die installations cd dvd whatever in den pc rein oder stick heutzutage das heißt das ist nicht direkt funktionsfähig das sehen wir auch direkt hier weil er hätte gerne erst mal ein paar treiber denn unser hauptproblem an der stelle ist jetzt das wo ist mein mauszeiger zwei mauszeiger ist schwierig dass hier das windows setup nichts mit der hardware anfangen kann die wir emulieren weil standardmäßig werden sachen emuliert die darauf ausgelegt sind möglichst schnell zu sein das ist üblicherweise ein virtio system und die sind halt leider bei windows nicht mitgeliefert es gibt dann zwei möglichkeiten wie man das machen kann das eine sind die windows virtio treiber da gibt es bei fedora entsprechend hier einen ordner mit iso dateien wo ist die neueste das hier müsste die neueste sein diese sachen hier kann man runterladen das ist einmal die iso datei für die treiber und später gibt es dann hier noch so msi dateien und so mit dem agent normalerweise ging das jetzt relativ einfach man lädt nämlich die virtio iso und hängt die an die vm dran wir wollen hier gucken in test 3 hier gibt es nirgendwo eine möglichkeit iso anzuhängen das ist so nicht vorgesehen man kann ein bisschen rumtricksen um das trotzdem zu machen einfacher ist es aber das windows direkt vorzubereiten da gibt es hier von scotty by enterprise consulting services eine wunderschöne anleitung wie man die windows iso über den distro builder da neu packen kann leider gibt es distro builder nicht direkt für debian das heißt man muss das hier alles per hand installieren wer eine andere distribution hat hat da wahrscheinlich bessere karten ich glaube bei arch gibt es zumindest im aur was passendes der nimmt das gerade nicht so gut entgegen dass die go version von debian so ein bisschen älter ist das ist halt leider bei solchen tools die auf wenn wir mal hipster sprachen basieren immer ein bisschen schwierig na gut ich mache das gerade auf meinem arch dann geht das wahrscheinlich deutlich einfacher und hier habe so wie vermutet distro builder ist da mit dabei ist auch direkt als fertiges paket erreichbar und dann können wir das ja einmal passend neu verpacken also versuchen wir das noch mal ich habe hier noch mal die original iso so wie sie runtergeladen wurde und die müssen wir jetzt mit dem tool distro builder vorbereiten wenn wir hier die hilfe gucken da gibt es ein repack windows repack windows isos with drivers included das klingt irgendwie richtig also machen wir ein distro bilder repack windows und was wir hier als angaben haben ist einmal die source iso und die target iso also machen wir die original iso und die original iso punkt so einmal okay muss gut sein versuchen wir das noch mal ich glaube das gut brauche weil ein loop device benutzt deswegen ist das ein bisschen nervig aber das sieht gut aus ist losgelaufen ich sehe netzwerk traffic hier auf dem share dann warten wir mal eine runde bis dass die iso neu verpackt ist ja und das hier ist jetzt schlecht downloading drivers iso allerdings mal ein bisschen weiter runter gucken hier ist nicht wirklich datenverkehr auf der netzwerkstrecke einfacher grund die iso liegt auf einem ausländischen server und der laptop hängt leider an der leitung der deutschen telekom ich glaube ich hatte vor langer langer zeit auch schon mal ein video dazu gemacht die deutsche telekom hat leider eine sehr eigenwillige peering politik das heißt also in vielen fällen gibt es da so ein ungeschriebenes gesetz im internet wenn ich ein internet provider bin und du anbieter bist von inhalten dann zahlt jeder im prinzip wenn da genügend nachfrage ist sein teil der leitung bis zu einem mittelpunkt da steckt man sich zusammen und dann können entsprechend von meinen anschlüssen also meine kunden relativ flott auf die inhalte von dem entsprechenden ziel zugreifen das läuft unter großen anbietern eigentlich immer so die deutsche telekom ist da leider ein bisschen eigen die sagen ja nee jeder muss zahlen und uns ist es ja auch egal wenn unsere kunden nicht zu servern durchkommen manchmal geben sie nach beispiel youtube oder amazon war lange von anschlüssen der deutschen telekom quasi unbenutzbar das hat sich inzwischen gebessert aber wenn wir hier gucken ich mache es jetzt mal per hand es sind ein paar hundert kilobyte pro sekunde die hier von dem anschluss runtergeladen werden können mich jetzt dasselbe mache aus einem anderen netzwerk wo das ganze nicht über die deutsche telekom läuft überraschung hier geht der download irgendwie deutlich schneller woran das wohl liegt tja eigentlich schade weil technisch hat die telekom an vielen punkten die nase sonst vorne aber hier so bleibt mir nur abzuwarten bis das entweder andere anbieter verfügbar sind oder ist doch mit gleichen vpn und lade es dann damit runter das geht dann deutlich schneller und da sieht doch gut aus wir haben jetzt hier unser neues image bekommen jetzt hier mal rein gucken in den ordner dann haben wir jetzt eine zweite iso die wird io iso das machen wir gerade auf der cli weil das geht schneller und jetzt haben wir unsere iso hier mit der sollten wir jetzt eigentlich in der lage sein auch unser windows zu nutzen wir löschen den hier nochmal wählen diesmal die wird io iso aus haben wir auch gerade gesehen die ist deutlich größer instance type ist automatisch vm wieder unsere platte hier dran machen unsere ressourcen limits was hoch und erstellen das ganze und wir sehen das sieht jetzt schon anders aus englisch passt schon keyboard mal auf german weil mein browser auf deutsch steht und hey wir wollen windows 11 everything will be deleted fine product key habe ich nicht aber wie wir sehen können windows 11 wird jetzt hier schon mal installiert das heißt das sollte eigentlich alles funktionieren durchlaufen dann gucken wir gleich wie weiter kommt aber wir sehen ja auch hier schon ja okay das not mit minimum requirements was ich gerade sagen wollte wir sehen schon die maus die folgt jetzt ja auch meiner maus im browser das heißt der hat den maustreiber auf jeden fall oder tablet ist es ja schon mal geladen und ja das hier ist natürlich ein bisschen ärgerlich weil hier steht halt nur das mitte requirements aber nicht wirklich was denn jetzt das problem ist ich vermute jetzt einfach mal dass es das tpm ist also das trusted platform module also probieren wir mal incus config device und das sieht besser aus hgb jo ich glaube dass tpm war's searching for disks wir sehen wir haben zwei disks okay er kann anscheinend doch auch den nicht block device nutzen zumindest wenn er groß genug wäre hätte man größer stellen müssen hier so ein setup ist natürlich aufwendiger als so ein standard container direkt zu benutzen einfach weil die fertig installiert kommen teilweise vor konfiguriert hier muss man sich halt durch den ganzen setup wizard klicken aber ich glaube als windows user ist man das ja gewohnt aber mal ehrlich liebe windows user hier die zugucken wie oft benutzt ihr den microsoft store oder windet oder sowas als zentralen paket manager und wie oft geht ihr auf die webseiten der einzelnen projekte und ladet dann doch am ende die setup exe per hand ja und ich denke wir können uns darauf einigen dass das windows wahrscheinlich auch komplett funktionieren würde ich glaube jetzt muss ich aber irgendwie mit cloud konten hier rumhantieren karlers windows ohne internet gibt es ja so lange nicht mehr wirklich ganz offiziell nächstes mal also eventuell dann doch ein server betriebssystem oder so benutzen und ja wieso lade ich noch mal eine frische iso runter gut ja und so halbe dreiviertel stunde später haben wir dann die möglichkeit uns online anzumelden korrigiere die pflicht uns online anzumelden ja leute bedenkt sich so einen unfug aus und finally da sind wir ein funktionierendes windows äh hat jetzt ein bisschen länger gedauert aber wir sehen auch hier ein halbwegs aktuelles betriebssystem wie windows 11 kann problemlos in inkus dann laufen mit kvm dahinter muss man natürlich ein bisschen gucken wir sehen ja hier eventuell an den animationen das ist jetzt nicht so wunderschön performant wenn man das hier interaktiv benutzen möchte aber es sollte ausreichen um programme laufen zu lassen und jetzt könnten wir hier diesen wunderschönen ki gedönse von microsoft einmal erklären lassen warum das eine tolle sache ist aber ich glaube das machen wir lieber selber denn so viel energie wollte ich jetzt doch nicht verschwenden also wir haben jetzt hier unser inkurs können entsprechend container mit linux machen vms mit linux machen oder eben auch custom isos und windows und co benutzen wir gesehen haben bei windows ist es ein bisschen komplizierter einfach weil die treiber im betriebssystem fehlen und auch weil diese web ui die ich hier gezeigt habe halt teilweise ein bisschen was an funktionen vermissen lässt das kann man dann trotzdem immer noch benutzen wenn wir hier in die configuration gehen gibt es ja die die jammel konfiguration wo dann entsprechend alles drin steht hier kann man natürlich dann auch das tpm zum beispiel eintragen was ich eben gemacht habe oder über die konsolenbefehle habt ihr gesehen da geht das natürlich auch wie schon gesagt primär ist das ganze hier gedacht für server dienste also alles was irgendwie so eine gui anzeigt da möchte man hier auf dem betriebssystem wahrscheinlich irgendein remote access tool installieren und darüber arbeiten einfach weil die meistens eine etwas bessere performance haben als so ein system hier aber es ist natürlich durchaus möglich da auch noch hardware gegen zu werfen gerade sowas wie man könnte jetzt in den server eine zusätzliche grafikkarte einbauen die in die vm hier durchschleifen und dann kann man auch recht stressfrei hier diese vm zum für spiele benutzen natürlich nicht im browser sondern über entsprechende remote tools aber machbar ist viel so ich habe das ganze hier natürlich nur angerissen wie gesagt da gibt es auch noch die möglichkeit cluster zu machen dass man die container und so dann auch problemlos hier zum beispiel in andere bereiche migrieren kann auf andere hardware migrieren kann es gibt möglichkeiten für snapshots und in der folge dann auch backups aber zum starten sollte das hier denke ich erst mal reichen dass man so im hinterkopf hat ja okay da gibt es noch alternativen zu kommerziellen angeboten oder auch zu so halb open source sachen wie zum beispiel eben proxmox am ende muss jeder selber gucken was er benutzen möchte alle varianten haben ihre vor und nachteile die grundfunktionen sind aber eigentlich immer da und auch das inkuss tut wie wir hier sehen was es soll so 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 so